Nja, nja, nja. Folge 14. Wir stehen ein bisschen auf der Stelle. Wir wissen nicht so richtig, wie die Hauptmission weitergeht. Ziel markieren. Ah, okay. Soll das doch so einfach sein? Das ist nichts. Was? Ich halte für diese Schwertlegende die Fähigkeit. Kommt auf Zerrung frei. Okay. Wir wissen nicht so richtig, wohin. Wien scheint es dann auch noch weiter zu gehen? Scheiße. Naja. Wir können nur mal hierhin machen. Schießen hierhin. Bäm. Was wollen wir anders machen? Holen uns gleich mal hier dieses... Ich übernehme die Nahrung nicht in dieser Kälte. Sicher. Wenn du mir was von dem Brot da gibst, das du gehortet hast. Ach, verdammt. Laufhaftigkeit ist dir wohl fremd, wie? Aha, hier. Da haben wir eigentlich definitiv noch viel zu wenig. Das ist Fakt. Hä? Hä? Alter! Wir Ochsen mal hierhin, wenn wir dorthin dürfen. Hier ist auch klein mal was. Das ist eine gute Idee, was du jetzt vorhattest. Zwischen den anderen Gefangenen ist ein Kampf entbrannt und ich bin einfach losgerannt. Ich frage mich, was mit ihnen geschehen ist. Das ist durch. Aha. Marku, der Blutjäger. Mit seinen fünf Scheiben. Wir sind gut da. Du magst es, wenn Urux gegen Urux kämpfen? Mach doch mit. Ja, komm. Komm, Junge, komm. Du. Du machst mir keiner. Du ja ich brauche. Ich brauche? Du. Du. Kein. Du. Du. Dust mir kein Auto. Du. Du. Das können wir jetzt auch nicht mehr auf uns sitzen lassen. Das ist er da! Du hast keine Vorstellung von meinem Kennen, Waldläufer! Stille! Der Lavi! Schau, stellt bei einer Schleichtung 50% der Gesundheit wieder her! Das müssen wir uns aber angucken! Das müssen wir uns angucken! Das müssen wir uns angucken! Das ist ja auch nicht schlecht! Können wir hier wieder enden? 810? Machen wir! Ach nee! Ach quatsch! Na ja, gut! Gut! Äh, ja! Können wir das machen? Ja, komm hier! Ja! Nee, quatsch! Fokus doch nicht! Nee, das wollen wir nicht! Ja, hier! Gut! Aber! Das hat uns auch wieder nie weitergebracht! Hier ist noch so ein Turm! Vielleicht sollten wir den erst mal... Vielleicht... Hm! Jetzt müssen wir uns den Turm mal schnappen! Jetzt müssen wir uns den Turm mal schnappen! Ich hab gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben! Was?! Wir stoßen! Aber wir haben auch noch gar nicht geguckt, ob wir irgendwas anderes verbessern können hier! Sollte Fähigkeitspunkte erst mal! Attribute können wir auch nicht! Wie lange nicht machen wir auch nicht! Das ist so kalt! Das ist gut nach! Das ist gut nach! Das ist gut nach! Das ist gut! Oh ne an! Das ist gut nach! Hey! Oh! Oh! Ich bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Hauptmann. Meine Ahnenuntergang, ich muss ihn mit Licht abwenden. Wo ist dieser Kunde? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, machen wir erstmal hier hin. Wir müssen hier alles nacheinander durchgehen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja. Springen. Was macht er denn? Ich bin froh. 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 Ich muss mir die Wand machen. Ich bin froh. Als nächstes... das hier. Ich würde gerne den Hauptauftrag weitermachen. Was? Da wird ihm leben. Achso. 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 Was war denn das jetzt hier für eine Scheiße? Hm. Kann ich verbessern? Weiß ich bekomme mich aber auch hart. Kann ich verbessern? Achso. Nee, warum nicht? Könnte aber hier? hier wäre es 870 ja Aber es ist möglich. Nee! Ah! Zwei haben gefehlt. Weiß ich aber auch vorbeigeschossen hab. Krieg mich von da hin. Aber so lernt man's wenigstens, bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, fünf, sechs, sieben, acht. Fung! Wuh! Stark! Stark! Das war auch der Fakt, oder? Gollum... Achso, das ist Gollum, die Scheiße, ja. Okay. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Finde Gollum. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie in Ruinen, vergraben in der Finsternis. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Ach, dann finden wir meinen anderen Weg. Okay. Okay. Ja. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ein Rauch des Todes hängt in der Luft. Kuhle. Warum überrascht mich das nicht? Kuhle. Warum überrascht mich das nicht? Sieht aus, als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Nachtgeschöpfe. Ungeziefe aus den Tiefen der Erde. Kuhle. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der Ring! Kehle Brimboer. Der größte Schmied des Zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mitteledel. Ich fertigte die Ringer der Macht. Eigentlich kein Bock auf den Kunden. Schattenangriff. Der Schattenangriff. Aufenthalt deines Ziels. Das versetzt dich augenblicklich an den Aufenthalt deines Ziels. So kannst du tatsächlich zu Sünden kommen. Festung der Speeren. Fliehende Feinde. Diese Fähigkeit. Ich habe auch zwei Eltengeschosse. Aha. Ja. Manche Ghule schleudern ihre Gegner lieber den Speichel aus dem Planen gegen 3x, um ihre Angriffe auszutauschen. Ok. Verderber L2. Geisse. Fuck. Töckige Schnee. Ich schau einfach ab, oder? Ich schau einfach ab, oder? Ich komme nicht raus. Wie lange? Ne. Hä? Ich Dynamische Heider. Wir schauen ab, oder? Ich bin ein Unfallman. Wie lange ist das? Wir leben? Wir leben jetzt. Ich bin ein Unfallman, oder? Was ist das? Ja alles gut. Aber jetzt haben wir doch auch keine mehr. Ich schneide es nicht. Lachen wir hoch. Okay. Ballung! Ballung! Böse Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende, wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Und der Schatz... Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir... Wir finden mehr Schätze. Ja... 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 Und dann führte er uns zu ihm. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Sele Brimboer, Herr Erogens, war der größte elbische Schmied in den sterblichen Landen und galt als strahlende Eminenz über den Elben des zweiten Zeitalters. Er war stark vorstoß und so stolz, wie er unerbittlich war. Doch sein Stolz wurde zu einem seinen Untergang und zu dem seines Reiches. Sauron, verkleidet in edlem Gewand, täuschte ihn. Und gemeinsam erschufen sie die Ringe der Macht. Sieben den Zwergenherrschenden in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen. Neun... Diese schuf Sauron heimlich den einen Ring, um alle anderen zu beherrschen. Okay... Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgûl. Aber die Nazgûl wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Wie oft durchkennen. Selbst wenn du könntest, der würde mir dann gewerken. Schrag dich von der Seite! Danke. Ich konnte dich länger lassen. Bitte rette meinen Vater. Die Orks schinden ihn zu Tode. Alter, dörtliche Pfeile drinnen. Oh ne, ja gut. Oh ne, ja gut. Ne, ich wollte mal... Oh, was war das bei acht Hauptaufträgen schon? Ich weiß es gar nicht. Das müssen wir mal merken. Aber was soll es denn sonst sein? Überlebensausführung war es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hättungsaufträge. Ja. Da! Ja, mein Tod! Ich weiß es nicht. Es ist auch einfache 50... Dings verdient. Wir brauchen unbedingt das hier. 1050. Dings verdient. Wir brauchen unbedingt das hier. So, machen wir gleich mal das noch mit hier. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Hm? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Ist das gelbe? Scheint so ein bisschen die Hauptaufträge zu sein. Ähm, okay. Das habe ich die ganze Zeit natürlich ein bisschen vernachlässigt. Aber dadurch haben wir das andere natürlich. Hm. Schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Hm? Hitlers. Oh. 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 Und wenn ich zurücklege, spüre ich wie die Blicke der Toten auf mir Lasten. Was ist denn Keutl? Ne. Sammle. Oh, da ist der Weidleifer! Hinterher! Du kannst es mit mir aufnehmen! Oh, jetzt kommt alle! Dort waren die Kräuter! So, jetzt habe ich irgendwas gesehen, hier! Aha! Ich stehe! Hitlers! Ist ja geil! Das ist noch was! Wo waren die jetzt? Hier! Uh! Uh! Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben, folge mir! Wo habt ihr diese Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen seinen Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Haben wir den Turm schon? Ja. Starker Anführer! Für ein Deserteur! Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Wir scheinen Glück, hier am Leben zu sein! Wollen wir nicht! Hab gesehen, wie der Geist des Waldläufers in Lorms Kopf explodiert ist! Jemand sollte sich darüber beschweren, wie wenig Blut es zu vergischen gibt! Ja! Es gibt keine Äften, keine Grog! Und nicht einmal einen ordentlichen Kampf! Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben! In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich! Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen! Mit Oktar habe ich kein Mitleid! Wer hat den Tod verdient? Anderes! Alter! Tja! Hoffentlich nicht von ganz von vorne, oder? Ne, gut! Ich bin jetzt. das ist nicht das Vieh Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde Dunkelheit fällt über Mordor Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheim zu fallen Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien Eine kühne Strategie Keinesfalls Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet Als die Ausgestoßenen mich einst retten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an Ich habe mich freiwillig gemeldet Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen Hier oben Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt Wie ist denn hier oben? Hier Ich bin wieder visto Ich bin draußen Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Gut. Wir machen hier trotzdem erstmal kurz einen Cut. Und mischen dann das Gift beim nächsten Mal bei den Orks unter. Aber wir haben es endlich gewusst. Jetzt wissen wir endlich, wie die Hauptaufträge weitergehen. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Bis zum... Warte, warte, warte. Ich mache auch gar nichts. Da läuft es alleine. Hallo. Okay. Ja, also hier machen wir jetzt Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal.